Wie geht es mit dem Bundesliga-Auftakt? Eigentlich auf dem Bundesliga-Auftakt, weil ich morgen nicht gegen Schalke spielen kann. Ich hoffe, dass ich dann beim Bundesliga-Auftakt wieder dabei sein kann. Deswegen freue ich mich auf die Spiele mehr. Das ist doch noch ein Ziel von mir. In der nächsten Zeit bei Repo Salzburg werden wir schauen, ob sich die Ehre für mich noch ergibt. Aber das ist sicher etwas, was sehr schön wäre und was noch ein Ziel von mir ist. Das ist eine schwierige Frage. Das Gute ist, ich werde sehr gut gesponsert von dieser Firma. Ich bekomme sehr viele Adidas-Sachen. Sehr, sehr günstig. Deswegen brauche ich nicht so viel Kleidung kaufen. Ab und zu ist man schon etwas frustriert, wenn man wieder mit einem Cut herumlaufen muss. Aber so ist es normal. Wenn man den Schädel immer hinhält, dann muss man mit dem rechnen. Für mich ist es bisher noch nie so gewesen, dass ich die Freude am Fußball verloren hätte. Schauen wir mal, was bei Cut 15 und 16 ist. Aber ich denke, dass das eigentlich passt und dass mir Fußball einfach zu lustig ist. Wäre sicher kein schlechter Sponsor für mich, glaube ich. Aber ja, werden wir sehen, ob sich das nochmal ergibt. Aber ich versuche doch ohne Schmerzmittel auszukommen. Es ist jetzt schon schwer. Also das muss man klar sagen. Wir haben wirklich eine enorme Drucksituation da. Weil jeder um den Standplatz kämpft. Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft. Nicht nur die ersten Elf. Sondern wirklich die gesamte Mannschaft hat eigentlich die Berechtigung zu spielen. Und deswegen ist man jetzt immer Tag für Tag gefordert, dass man seine besten Leistungen zeigt. Und ja, es ist schon schwer. Ich habe schon einmal kurzzeitig überlegt. Ich glaube, das war bei Cut 11. Ich habe das gleich wieder verworfen, weil ich einfach, glaube ich, kein Gefühl habe, damit zu köpfen. Also das ist nicht das Beste am Platz. Wenn man Tore erzielen will mit dem Kopf, dann ist das eher unangebracht. Zu Hause mache ich am liebsten eigentlich wenig. Also eher relaxen. Am besten mit dem Hund ein bisschen spazieren gehen. Das taugt mir wirklich sehr. Da komme ich immer wieder runter. Ein bisschen runter. Einfach von dem ganzen Stress, den wir so vom Trainingsumfang gerade in der Vorbereitung haben. Und ja, diese Zeit nutze ich eher zum Regenerieren. Ja, liebe Grüße an alle Salzburg-Fans. Ich hoffe, ihr kommt morgen wirklich alle ins Stadion. Gerade gegen Schalke brauchen wir jeden Fan, der da reinschreit, weil die doch sehr, sehr gut sind. Und ja, wir wollen auch, wenn es ein Freundschaft spielt, das morgen gewinnen. Ganz klar. Und ja, bitte commit. Und ja, wir wollen die Rede. Vielen Dank.